Die Wollnys sorgen sich um den Gesundheitszustand von Mutter Sylvia. Während Fans um das Wohlbefinden spekulieren, meldet sich ihre Tochter mit einer Erklärung. Die Wollnys, Fans sind in Aufruhr. Sylvia, das Familienoberhaupt der berühmten Großfamilie, leidet unter einer Krankheit und sagte kürzlich alle öffentlichen Termine ab. Seitdem warten die Zuschauer vergeblich auf ein Update. Die Spekulationen um ihren Gesundheitszustand nehmen zu, kein Wunder, dass ihre Töchter jetzt unter besonderer Beobachtung stehen. Sarah Jane Wollny schüttet ihr Herz auf Instagram aus. Allein und besorgt um ihre Mutter während Sarahfina Wollny hat ihrer Mutter bereits öffentlich Unterstützung zugesichert, richtet Schwester Sarah Jane emotionale Worte an ihre Familie. In einem neuen Social Media Video teilt sie ihre Gefühle mit der Öffentlichkeit. Normalerweise hält sie sich die TV-Bekanntheit zurück, doch angesichts der Situation, übermannen sie die Emotionen. Ich hasse es allein zu sein, gesteht die. Die 25-Jährige leidet sichtlich unter der Trennung von ihrer Familie und ihrer Mutter Sylvia. Während sie in Radheim sitzt, befindet sich der Rest der Familie in der Türkei. Auch ihren Freund Tinus kann die Wollny-Tochter nicht regelmäßig treffen. Ich vermisse meinen Partner und ich vermisse meine Mama. Ich würde so gerne Zeit mit denen verbringen, erklärt Sarah Jane während ihre Stimme immer wieder für kurze Momente versagt. Die Wollnys, in Sorge um Sylvia. Tochter Sarah Jane postet kryptische Erklärung derzeit halten sich, die Wollnys, in Ilika, Türkei, auf. Unklar ist, warum sie bisher nicht zurückgekehrt sind. Sarah Jane spricht auf Instagram von, Schicksal, das andere Pläne für sie bereithält. Diese emotionale Videobotschaft lässt die Fans besorgt zurück. Die Tränen in ihren Augen und die ernsten Worte deuten darauf hin, dass die Situation ernst sein könnte. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass die 25-Jährige zugibt, darunter zu leiden, dass ihre Familie häufig ohne sie in der Türkei ist. Sarah Jane geht einem Beruf nach und ist als einiges Wollni-Mitglied nicht mehr zum Feriendomizil gereist. Ihr Job in der Pflege bindet sie an Deutschland.